Herzlich willkommen zum Thema OptimizePress 2.0 für WordPress Anwender. Ja, ich denke, da sind wir einer Meinung, OptimizePress 2.0 ist wohl eines der beliebtesten Landing-Page-Tools, eines der beliebtesten Tools für WordPress-Bilder, also für den Aufbau von WordPress-Seiten überhaupt, denn du kannst damit Landing-Pages erstellen, Verkaufsseiten, Danke-Seiten, Membership-Seiten, alle Arten von erdenklichen Seiten für deine WordPress-Seite. Und ja, die ganzen großen Online-Marketer nutzen das System. Ich nutze es mittlerweile seit drei Jahren und ich möchte dir in diesem Video mal die Vorteile und Features von OptimizePress 2.0 vorstellen. Interessantes Thema, was ich mal zusammengetragen habe und natürlich anhand von allen Erfahrungen auch bestätigen kann, legen wir einmal los. Auf jeden Fall ist ein super Vorteil von OptimizePress 2.0, dass du wirklich geniale Landing-Pages bauen kannst, wirklich mit erfolgreich getesteten Layouts, Designs und Anforderungen, die an eine heutige Landing-Page wirklich gestellt werden, also eine Squeeze-Page, wo du wirklich deine E-Mail-Liste mit aufbauen kannst. Und ja, da ist OptimizePress 2.0 wirklich ein absolut etablierter Anbieter oder ein etabliertes Tool auf dem Markt. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass du auch Membership-Seiten erstellen kannst durch eine Erweiterung, also Mitgliederseiten, wo du deine digitalen Infoprodukte zum Beispiel über den internen Mitgliederbereich ja ausliefern kannst. Und daher ist der Page Builder auch wirklich auch flexibel einsetzbar, dass du auch wirklich solche Membership-Seiten erstellen kannst. Dann haben wir eine absolute Funktionsvielfalt, dass vielleicht manche sagen, das ist mir sogar schon teilweise zu viel bei OptimizePress 2.0. Du hast wirklich zahlreiche Elemente und Bearbeitungsmöglichkeiten, Menüs, Seitenbilder, Bilder generell in die Landingpages einbauen oder in die Marketingseiten, Popup-Technologien, Videos, Formulare. Da gibt es wirklich verdammt viel, womit man OptimizePress 2.0 einsetzen kann, also extreme Funktionsvielfalt. Dann der vierte Vorteil ist, du kannst das Ganze auch als WordPress-Theme einsetzen, als komplettes Theme. Das heißt, nicht nur das Plugin, sondern auch wirklich das komplette Seitenlayout, deine komplette WordPress-Seite kannst du über OptimizePress 2.0 laufen lassen. Ein weiterer Vorteil ist Mobile Responsive. Das heißt, alle Seiten, die du mit OptimizePress 2.0 erstellst, sind wirklich auch mobilfähig auf allen Arten von mobilen Endgeräten gut sichtbar, wie Smartphones, Tablets. Ganz, ganz wichtig, denn die Masse des Online-Businesses oder der User, der Kunden, der Interessenten, das läuft ja wirklich alles mittlerweile über das Smartphone. Extrem wichtig, dass sie mobile responsive sind. Dann, was ich auch sehr schön finde, du kannst, wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringst zum Beispiel oder vielleicht auch ein Affiliate-Produkt starten möchtest zur Vermarktung, kannst du sogenannte Lunch Funnel starten. Das heißt, es sind komplette Produktstartsysteme, wo du quasi an Tag 1 das Video freischalten kannst, an Tag 2 das, an Tag 3 das, an Tag 4 und an Tag 5 zum Beispiel ist das Produkt dann wirklich auch verfügbar, dass du wirklich so einen kompletten Produktlaunch starten kannst über OptimizePress 2.0. Das ist auch ein sehr bedeutender Vorteil, was auch viele Online-Marker mittlerweile nutzen. Dann ist auch schön, dass es kein Monatsabo ist. Jeder zahlt natürlich lieber einmalig einen gewissen Betrag, als dass er jeden Monat, keine Ahnung, 50 Euro zum Beispiel zahlen muss. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil für diejenigen, die einsteigen möchten in die Vermarktung ihrer WordPress-Seiten und die Erstellung von WordPress-Seiten. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man gleich zu Beginn nur einmal bezahlen muss. Es gibt verschiedene Pakete, für wie viele Webseiten du das Ganze dann nutzen kannst. Das ändert sich immer mal aktualisiert, aber man muss mal bei OptimizePress 2.0 mal entsprechend reinschauen. Schön ist auch der sogenannte Template-Marktplatz, wo du immer wieder neue Templates nachkaufen kannst. Wenn du sagst, wow, ich will das Design haben, ich möchte das Template für meine Landingpage haben, dann kannst du immer wieder was nachkaufen. Und es gibt auch kostenlose Templates davon, die man entsprechend auch angeboten bekommen kann. Also das ist für Mitglieder und Kunden eine absolut interessante Geschichte von OptimizePress 2.0. Dann ist auch schön, dass es keine Fremdlagerung bei OptimizePress 2.0. Das heißt, die Webseiten liegen auf deinem Server bzw. auf dem Server deines Providers, weil es halt ein WordPress-Plug ist. Das heißt, du kriegst dann halt so keine komische Domain mit, wenn du jetzt zum Beispiel einen externen Anbieter wie Leadpages nimmst. Auch da kann man das natürlich entsprechend noch auf die eigene Domain abstimmen. Aber hier ist es auf jeden Fall keine Fremdlagerung, weil es ein WordPress-Plugin ist. Dann haben wir noch eine Clubhouse-Mitgliedschaft bei OptimizePress 2.0 als weiteren Vorteil. Dort gibt es ja regelmäßig auch ähnlich wie der Template-Marktplatz neue, schicke Designs für alle Arten von Marketing-Webseiten, Erweiterungen zu OptimizePress 2.0. Also auch Clubhouse-Mitgliedschaft ist eine interessante Option, kann man auch mal reinschauen. Dann ist noch ein super Vorteil die zahlreichen Schnittstellen, die OptimizePress 2.0 bietet und eine hohe Kompatibilität mit ganz, ganz vielen anderen Schnittstellen, zum Beispiel zum E-Mail-Marketing-Anbieter, den du zum Beispiel nutzt, ClipTip oder Aweber oder was auch immer dein E-Mail-Marketing-Anbieter ist, CleverReach, GetResponse, dort hast du vielfältige Möglichkeiten deinen Autoresponder zu integrieren. Dann haben wir. Ja, Updates gibt es natürlich dann auch immer mal wieder, wo du OptimizePress 2.0 dann weiter aktualisieren kannst. Ich bin gespannt, wenn eines Tages mal OptimizePress 3.0 rauskommt, das wäre bestimmt nochmal ein richtiges Top-Feature, wenn das da weitergeht. Aber sonst gibt es auch immer mal wieder Updates, obwohl da könnte meiner Meinung nach ein bisschen mehr passieren. Aber ansonsten unkomplizierte Updates, wie man es von WordPress kennt. Und ja, schön ist auch Video-Tutorials kannst du dir anschauen, wenn du gerade nicht weißt, oh, wie setze ich jetzt das auf, wie erstelle ich die Landingpage, wie mache ich ein Produkt-Launch-Funnel, dann gibt es sehr, sehr ausführliche Video-Tutorials bei OptimizePress 2.0. Leider nur in englischer Sprache. Das wäre dann gleichzeitig zum Vorteil für die jenigen, die nur Deutsch sprechen, dann natürlich ein ganz klarer Nachteil auch. Also ein Vorteil, dass es so viele Tutorials gibt im Video-Format, aber ein Nachteil, dass es halt in englischer Sprache ist. Dann ein wunderbarer Vorteil ist auch noch das Partner-Programm, das du nutzen kannst. Das heißt, du kannst OptimizePress 2.0 als Affiliate weiterempfehlen, kannst dich dort registrieren, dann wirst du freigeschaltet, also musst dich vorher erst bewerben. Aber dann kann man wirklich für jede Empfehlung auch wirklich gute Provisionen verdienen mit OptimizePress 2.0, weil es auch wirklich universal einsetzbar ist und viele Leute Bedarf nach so einem System haben, um ihre WordPress-Seite wirklich auf Vordermann zu bringen. Ja, das waren jetzt so die absoluten Top-Vorteile, die ich jetzt so aufzählen konnte. Insgesamt sehe ich hier 13 Stück an der Zahl sind das jetzt gewesen. Wenn dir noch Vorteile einfallen, hier unter dem Video posten. Ich möchte aber noch Alternativen kurz nennen zu OptimizePress 2.0, weil es gibt irgendwie Leute, die stellen dann Vergleiche zwischen Systemen an und sagen, hey, was ist noch eine coole Alternative, wenn ich jetzt nicht unbedingt OptimizePress 2.0 haben möchte und vielleicht auch kein WordPress-Plugin, wie es vielleicht OptimizePress 2.0 ist. Ich möchte gerade noch mal welche hinschreiben. Es gibt da eine wunderbare Option und die heißt Thrive Themes. Habe ich auch schon auf meinem Channel hier ein Video zugehalten, da werden in Zukunft noch welche kommen. Thrive Themes ist ein komplettes Paket für dein Online Business, wo du Landing Pages bauen kannst. WordPress Themes gehören dazu. Also es ist eine Menge auch über WordPress hier geregelt. Also Thrive Themes ist eine absolute Top-Alternative zur OptimizePress. Mittlerweile tendiere ich sogar mehr zu Thrive Themes, aber da gehen die Meinungen auseinander. Da muss man halt immer gucken, was man möchte. Dann hatte ich schon erwähnt, ein externer Anbieter wäre dann auch noch Lead Pages für den Landing Page Aufbau und ein absoluter Liebling von mir ist auch das sogenannte Funnel Cockpit von Dennis Höger Caballero. Das ist ein deutschsprachiges Verkaufstrichtersystem, also ein Sales Funnel System, wo du alle Arten von Marketingseiten auch erstellen kannst. Und das ist mittlerweile so auch mit einem Top-Produkt, was man wirklich weiterempfehlen kann, weil es Kinder erreicht ist und du blitzschnell die Seiten erstellen kannst und deine E-Mail-Liste informieren kannst und auch Mitglieder-Bereiche erstellen kannst. Das ist sehr, sehr vielfältig. Deutsch-Bereich. Top-Tool. Ja, das so drei super Alternativen. Ansonsten, ich hoffe, dir hat es gefallen. Würde mich über einen Daumen von dir nach oben freuen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Alles Gute. Viel Erfolg beim Aufbau eures WordPress-Systems oder eures WordPress-Blogs, eures Online-Shops oder was auch immer ihr damit vorhabt. Viel Erfolg. Alles Gute. Euer Christian Meckler. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Musik 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 Musik